Ja! Hast du das? Toll. Ach, leck mich doch. Haben die schon eingenommen, die Affen? Und gleich die nächsten auf. Ja, ich weiß. Und Beck ist ab. Ja, egal. Nein, wir verlieren die Scheiße. Ich renne einfach da rein. Oh, ich steh genau drauf. Ja? Cool. Dann hol ihn dir. Ja, wenn ich noch ein Spieler kommt... Oh, der Feuertypie, ne? Ja, der tut einen voll auf die Nerven, der Typ. Ja, du kannst eigentlich, wenn er dich nur einmal trifft, kannst du überleben, aber sonst... Ne. Meine Leiche, alter. Du kannst verkokelt rumlaufen, das hatte ich auch schon mal. Ja, ich weiß. So schwer das zu halten. Oh. Oh, da kommt der Feuertypie wieder, der Pisser, der Nerv. Oh, ja. Oh, irgendwo ist doch Heilung... Nein, wo ist denn die Heilung gewesen hier? Also nicht. Ja, ich... Oh, dieser scheiß Feuertypie, ne? Ehrlich. Wir sind, glaube ich, zu zweit mit Feuertypie. Ja. 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 Ich renne voll verkokelt hier durch die Gegend. Da ist mal Heilung geholt. Aber wir verlieren... Ja. Ist ja okay. Ja. Mich auch. Wo ist es denn? Ah, der... Nächster Feuertyp. Auf jeden Fall zwei Leute mit Feuer. Ach, ja. Nach oben ist der Beef. Ach, ja. Nach oben ist der Beef. Ach, ja. Nach oben ist der Beef. Ach, ja. Boah, der räumt mit auf. So tut er. Ah! Weg hier. Drei Dinger fehlen uns noch. Auf bloß an. Halt. 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 Und gestorben. Aber ich hatte eh nur kaum mit Leben. Ja, wenn er mit dem Feuerding nicht so auf den Keks gehen würde, ne? Boah, ey. Ich bin wieder ein Stück weg tiefer gesprungen grad. Aber kein Selbstmacht diesmal. Komm, wo geht... Ja, komm. Die werden Anspruch darauf haben, oder? Boah, was geht denn bei uns die Jungs denn jetzt noch ab? Das überlebt er nicht. Das ist nicht wahr. Hier, friss die Kacke doch. Nein! Oh, endlich. Ich bin dann auch nur noch durchgerammt eben. Nice. Wo ist es? Heiße, die sind zu zweit auf mich. Scheiße. Sticky würde ich dir, wie gesagt, für den Raketenwerfer empfehlen. Ey, wenn du einen Gegner mit triffst, dann bleibt der schön am Gegner kleben. Und er kriegt richtig Schaden mit. Und ich bin tot. Ja. Der Typ steht hier unten. Ja, nicht mehr lange. Einfach die Tesseldinger da reinwerfen und in Ruhe. Feiner, Junge. Oh, da ist einer drinnen bei uns. So. Oh, da ist der hier. Ja. Da müssen wir, glaube ich, nur noch eins gewinnen. Ja. Der ist genau hier hinten, wo ich gerade hier drin bin. Ja. Ja, jetzt wird es spannend. Aber ich glaube, wir werden verlieren. Das könnte noch mal. Scheiße, ich bin tot. Hahaha. Ist der doch da rein gelaufen? Die Dinger sind einfach nur gefährlich. Boah. Tesla, 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 Tesla. Wir haben gewonnen. Ja, und du hast gesagt, wir verlieren das Match. Ja, das sah zuerst so aus, aber nachher hat man das besser hingekriegt. Guck mal, wer vorne ist. Hahaha. Zack, 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 zack. Alles Tesla. Der Vorletzter. Guck mal, der Linke hinten bei uns. Erstmal so am Arm nur noch. Ach man, geil. Nice gewonnen. So. Viel Glück. Ein neues Level. Sechstes Level bist du jetzt eigentlich. Sechseinhalb bin ich jetzt. Bin vier. Ja, da sieht man wo halt, ne. Besten Edge. Ja. Besten Edge ist eigentlich ganz lustig. Aber auf der Karte? Na egal. Machen wir schon. Bevor Blitz und, äh, Presslufthammer kommt. Aber Desten Edge haben wir auf der Karte schon mal gespielt zusammen. Ne, Desten Edge ist eigentlich ganz geil. Wo ich dann am meisten Punkte gesammelt hab. Ach du alter Cheater, du. Weil die mich ja nicht mal gekriegt haben. Da ihr mich ja so verteidigt habt. Ne, Desten Edge ist ja hier. Die Dinger einen töten und diese Kapseln einsammeln. Das andere ist Gewinnung. Ach schon. Naja, mir egal. Wie denn? Wie denn? Wie denn? Was kann ich mir denn kaufen? Oh, Strahle ist sogar mehr als Raketenwerfer. Okay. Ach ja. Aber wo kann man sich diese Klebedinger holen? Bei Sticky. Unten in der Leiste. Ähm. Welche Leiste ist es denn? Kann man eben anpassen. Die dr-, die in der Mitte. Bist du bereit? Du musst, ich bin bereit. Ja. Da kriegst du nämlich raus. Kann man später auch noch einstellen. Ja. Ah Sticky. Wenn du den Körper triffst, dann bleibt das schön kleben. Das zieht richtig an Energie. Okay. Ich habe das mal mit Salven gemacht, wo der die Knarre auflädt und alle Salven hintereinander schießt. Und Hexal, diese acht Raketen. Und damit Sticky. Oh ho ho hoho. All Halven. Aber da wären alle aufm, alle so neben Spieler oder um die Spieler und der ist sofort drauf gegangen. K ok. Und damit Feuer ausprobiert, brauchst du nur vier. Bist doch gescheuert. Na hallo. Waffen testen wie die am besten sind. Ha wa wa ma amaGAAMIGA. Ha wa waat. H 220. Es wird geladen. Oh, es wird geladen. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Boah. Ich dachte schon, ich dachte schon Oh nein, die meisten sind neben mir mit Schutzschild. Nein, und ich fall runter. Du bist doch tämlich, ehrlich. Ich wusste nicht, dass hinter mir frei ist. Und ich bin tot. Ach, das ist diese Karte, genau. Ich dachte, das wäre jetzt gerade eben die gleiche Karte noch mal gewesen. Ja, du bist doch blind. Du kannst doch gar nichts an dich sehen. Okay, Match angeschlossen, Match angeschlossen, nice. Ich sehe gar keinen. Wo seid ihr alle? Hier steht, Centus tötet erstmal einen. Hinter dir. Ich weiß. Scheiße! Nein! Boah, der hat jetzt drei Kapseln. War ein Pisser. Der hat ordentlich eingesammelt. Der hat meinen alten Mittelfinger gezeigt. Die... Hat er gezeigt. Da, dieser Die-7. Boah! Ey, was passiert jetzt für eine Waffe? Sie wollen mal ordentlich hinweg. Ich will nicht wissen, was für ein Level der Affe hat. Alter, was hat... Ach, der hat ein Scharfschützengewehr. Ja, die machen ordentlich Schaden, die Dinger. Ja. Ja, aber dann kommt auch noch das Level davon. Ja. Das Waffenlevel drauf an. Tschüss. Tschüss. Oh, geh mal her. Jawohl, der ist draufgegangen. Wo ist denn die alte Kapsel hingeflogen? Ach, da unten hin. Ich hole die mal ganz riskant. Da komm ich bestimmt nicht hin. Das ist nämlich auch seine Waffe. Ich brenne. Ich brenne. Ich brenne. Ich brenne. Ach, weißt du was? Ich hole die jetzt einfach mal. Ich habe selbst gemord gegangen, aber dafür einen Punkt geholt. Ja. Jupp. Hässiger Pisser dahinten. Ah, der Typ, der geht richtig ab. Scheiße. Ich bin hier die ganze Zeit mit einem alleine. Meine Fresse. Jetzt hat er mich doch noch gekillt. Boah, ey. Das ist wirklich. Hier fehlt voll die Musik drin im Spiel. Hm. Aber, naja, egal. Das nervt. Das ist mir nicht so still dann. Ach, wir können doch labern. Ich weiß auch nicht. Nein! Ab in Abgrund! Oh, bist du blöd. Ist doch nicht wahr. Wow! Weißt du, du springst in Abgrund und findest gar keine Gegenspieler. Toi! Ich habe auch noch drei Gegner mit einmal hier hinten gehabt. Die haben aber noch wenig Leben. Nein, der eine hat Schutzschild. Da brauche ich nicht gegen angehen mit seinem komischen Scharfschützengewehr. Ja, aber du kannst ein Riesenhoch der Typ. Ja, aber du kannst ein Riesenhoch der Typ. Ja, aber du kannst ein Riesenhoch der Typ. Und sonst hätte er mich mit einem Scharfschützengewehr trotzdem nicht so schnell. Dann kommt er wieder. Pass auf, die Tesla-Dinger, die von mir sind gefährlich. Überleg mal, wie schnell der mich damit kalt macht. Ja, ich weiß. Keine Ahnung was. Solche Typen hasse ich. Wir sollten das mal einstellen, dass man nicht mit so'n Hohen drin reinkommt. Na? Na, das sollte ausgeglichen sein, das Match. Ja, ja. Aber das ist in vielen Spielen leider so. Oh, irgendwo ist da eine Kapsel. Nein, das ist meine Centos? Pfui! Nee, ich wollte die ja gar nicht. Oh. Boah, ey. Boah, ey. Der Typ wieder, ne? Aber wenn ich die gleiche Taktik wie der aus mache immer, dann kommt er auch nicht hinterher. Nein, Centos! Er ist tot! Ja, ich hab so'n Schutzschild weggebombt eben. Ich weiß gar nicht, ob das mit Tesla funktioniert oder mit normal. So, erstmal heilen. Muss man nicht wieder... Boah, da kommt der Affe schon wieder. Na ja. So steht das wieder weg bei ihnen. Ja, machst du das denn mit normalen oder machst du das mit Tesla? Mit Granatenwerfer mach ich das. Ja, mit Raketenwerfer, ist mir schon klar. Ja, aber mit Raketenwerfer. Mit normalen. Ich hab noch keine Ahnen. Ach so, okay. Aber mit den Ahnen, ich hab diesen Größe... Äh... Ich bin nach der Zweiseil wieder. Nach dem Zweier. Nein, nein. Dieses Torpedorohr da. Ach so. Okay. Na, du hast einen Einzelschuss. Ja, ja. Aber ich hab'n... Zwei-Runden-Seife. Deswegen legt die so schnell nach bei mir. Boah... Kannst du das knicken, du Affe? Ehrlich? Ich. Und die fliegen alle in meine Tesla rein. Und ich bin tot. Mit mir hast du zuletzt so gesch- Ich hab'n... Ich hab'n... Hier, friss die Granate, du gehst mit drauf. Ja, ausgeglichen. Dieser Schutzschild-Hampel. Mh... Mh... Ich glaub' ich... Hol mir ein Schutzschild oder... Dieses... Dieses Geschütz. Dass du das irgendwo aufstellen kannst. Mh... Machen aber auch viele. Ja, will ich auch machen, klar. Haha, weg ist alles. Ach, Mann, ey. Ach, Mann, ey. Mann, ich bin tot. Ja. Ich will nicht wissen... Ich will seine Waffe wissen, was der hat. Jetzt würde ich mich richtig interessieren. Bestimmt zu ner Ruhe, wie gesagt. Aber welche Leute ich auch hasse, wenn die irgendwo rumstehen und die ganze Zeit von oben rumsnipern und so. Ja, wat denn, hallo, da kann ich doch nix für. Diese ganzen scheiß Camper dann. Geschoss auf Geschoss gibt extra Money. Ich hab's eingesammelt. Pass auf hinter dir. Ja, ich weiß. Bist tot. Ja. Boah, ey. Scheiß auf mit den Schutzschildern, ne? Passte die Leute. Wenn du selber eins hast, freust du dich. Haha. Ich glaub' ich hol' mal auf, wenn die Schutzschild... Ehrlich. Ist doch besser. Ja. Was ich mir erst mal das hole... Sind die Affen? Weiß ich nicht. Wir rennen hier vorne, wenn ich alle grad nur rum... Nein, die kommen mit einer Gruppe drauf. Ich bin hinter dir. Ja. Oder oben. Schutzschild. Nee, Schutzschild ist noch da. Danke. Ja, aber ich glaub' mit Tesla kannst das überbrücken bei denen. Jetzt ist Schutzschild weg. Jawoll. Ja. Na, ich bin tot. Danke. Ja. Bitte. Boah, ich bin auch recht tot. Ja, der Typ ist hinter dir. Ja, ich weiß. Der Cheater. Ja. Ja, aber der andere hat mich gekillt. Meine Fresse, ey. Ich schieß' mal nicht echt grad nur noch mit das Kaffee vor. Naja, ich hab' die andere auch im Anschlag. Weil die immer gut durchgelandet ist. Um ihre Schutzschilder auszuwarten. Warum musst du eigentlich alles einmal machen, was sie töte? Pass auf, der... Der... Irre dahinten. Der Niggerfehler? Nee, der... Der Typ mit seinem... Mega-Gewerder. Mhm. Ja, voll. Nein. Nein, Niggerfighter. Ah, ich bin draufgegangen. Du bist gleich tot. Und tot ist Centos. Ja. Besonders, wenn dieser Affe da wiederkommt. Ehrlich. Ey. Na egal. Match gleich verloren. Ja. Toll. Ja, wenn du so einen Affen da reinkriegst, dann ist das kein Wunder. Ja. Alter. Jetzt gehen sie zu viert auf dich drauf in den letzten Runden. Mhm. Und warum auch nicht, ne? Und die rennen wir die ganze Zeit hinterher. Und tschüss, ihr kriegt die Bock nicht. So ein Arsch. Nein. Ach ja. Na, zwei Captures. Er hat den denn kaputt gekriegt. Er hat aber wenig Leben gehabt. So kein Schutzschild mehr. Ja, wahrscheinlich. Boah, was sind die denn für Waffen hier? Ich hab grad mal die Gatling aufgehoben. Ich hab glaub das Gewehr von... Yo. Alter, ich hab das Ding von dem einen, ähm, Irren da. Ja. Yo. Direkt mit einem Schuss erledigt. Cool. Ja, dann muss das aber auch voll groß sein, das Ding. Ja. Das Problem ist, ich hab auch so'n Ding. Das ist mit zwei Schuss, ist das sofort, äh, Energie abwendend. Kannst du zwei Schüsse abgeben. Sonst frisst die Energie so schnell weg. Okay. Oder schaffen wir das noch? Glaub, aber kaum, ne? Waaah. Da ist er. Ah, schade. Ja, die haben mein letztes Ding noch gekriegt eben, deswegen. Ey, die Waffe, bestimmt Level 2. Ja, siehst du, Level 2. Weil dann ist da richtig gut der Vogel. Ne, der, der, der glaub ich nur die Waffe equipt. Was machst du unter mir? Weiß ich nicht. Unter dir sein. So, wo wollen wir dann hier jetzt mit der Aufnahme werden, oder wie? Ja, was haben wir denn? War es eine Stunde, ne? Aber ich wollte mir eben anpassen nochmal. Ja. Oh, das können wir ja gleich machen, sofort eben. Dann können wir ja beenden hier. Ja. Und dann würden wir sagen, bis zum nächsten Mal bei Loadout. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.